Wie ist die Skoda-Skoda-Skoda-Skoda-Skoda? Hier verfügt der Skoda-Skoda Monte Carlo über getönte Seitenscheiben Sunset und ein Panoramadach. Der Schriftzug, den der Skoda-Skoda als erstes europäisches Modell von Skoda anstatt des Logos auf der Heckklappe trägt, ist hier ebenso in schwarz gehalten. Der Heckdiffusor rundet den sportlichen Look in schwarz ab. Die Sportsitze mit integrierten Kopfstützen sind höhenverstellbar und tragen einen speziellen Monte Carlo-Bezug. Rote Ziernähte sind im gesamten Interieur präsent, wie hier am Lenkrad oder am Handbremshebel. Die Lüftungsdüsen glänzen in Chromoptik. Abgerundet wird das Ganze von Pedalkappen im Aluminiumdesign und Dekorelementen in Carbonoptik.